Hallöchen und willkommen zum Bestrafungsvideo in der letzten Woche. Habe ich ja eine Challenge gegen den lieben Hanwizel gemacht. Heute ist die Bestrafung. Wir haben uns die Bestrafung ausgesucht, dass ich ein Ei auf meinen Kopf zerschlagen muss. Er hat gesagt, die soll mir nicht wehtun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wehtut, aber er hat mir Angst gemacht. Und ich würde auch sagen, wir fangen auch gleich mal direkt an. Und ich sollte das Ei lieber nicht rumwerfen, weil sonst das noch auf dem Mikrofon geht und das wäre ja nicht optimal. Ich habe mir noch extra hier Servietten hingepackt. Ich kann mir vorstellen, dass es eine große Sauerei wird. Ich würde sagen, ich packe das Mikrofon ein bisschen weiter weg aus Sicherheitsgründen. Okay. Soll ich mir jetzt einfach auf den Kopf klatschen? Okay, ich kann mir doch vorstellen, dass es wehtut. Normalerweise müsste es ganz leicht kaputt gehen. Ich will mir jetzt noch nicht weiter davor drücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wehtut. Scheiße. Oh, meine Tastatur ist schon voll. Oh. 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 Okay. Das ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Es geht sogar. Es geht sogar. Okay, ich versuche jetzt erstmal alles wegzufischen und ich werde es gleich natürlich als Haargel benutzen. Das ist eine große Sauerei, die ich hier angerichtet habe. Es geht sogar eigentlich noch. Ich kann es nur als Haargel benutzen. Mal gucken, wie Eiweiß hält. Okay, das war dann das Verstrafungsvideo. Ein kurzes, aber knackiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich gehe jetzt erstmal fett duschen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wehtut. Wir sehen uns in der nächsten Folge.